Musik Herzlich Willkommen im Thermenhotel Puchers Plus, dem familiär geführten Ruhequell an der Therme Stegersbach. Machen Sie Ihren wohlverdienten Genuss und Aktivurlaub. Wo Geist und Seele atmen können. Das barrierefreie Hotel ist in angenehmen Bio-Farben gehalten und mit viel heimischem Holz vom Tischler ausgestattet. Sie wohnen in großzügigen Anti-Allergie-Nichtraucherzimmern ab 35 Quadratmetern mit extra langen, breiten und hohen Zirbenholzbetten, vier Stern-Zimmerausstattung mit Kühlschrank sowie Balkon. Ein guter Morgen beginnt mit dem besseren Frühstück. Das reichhaltige Schmankerl-Frühstücksbuffet genießen Sie in entspannter Atmosphäre im sonnendurchfluteten Panorama-Wintergarten, im heimeligen Altholzstüberl oder auf der Morgensonnenterrasse. Ausgestattet mit dem Puchers Plus Bademantel und der Puchers Plus Badetasche geht es durch den kurzen und erlebnisreichen Regenbogengang ab in die Terne Stegersbach. Bei freiem Eintritt stehen Ihnen 1700 Quadratmeter Wasserfläche, Erlebnisbecken, zahlreiche Kinderangebote sowie die Saunalandschaft zur Verfügung. Einzigartig in der Region ist das Heilmassagezentrum Stegersbach, das Sie im Thermenhotel Puchers Plus finden, wo Sie nicht nur mit Beauty-, Kosmetik- und Massagebehandlungen verwöhnt werden, sondern auch physikalische Therapien wie Moorpackungen, Ultraschall- und Heilmassagenangeboten beziehungsweise nach ärztlicher Verordnung verabreicht bekommen. Im Heilmassagezentrum Stegersbach sind Sie in guten Händen. Für Golfer, die Ruhe und Erholung abseits vom Trubelsuchen, ist das Thermenhotel Puchers Plus direkt an Österreichs größter Golfschaukel der Top-Tipp. Reservieren Sie Ihre Abschlagzeiten bequem im Hotel. Ein Golfraum zum Abstellen Ihrer Golfausrüstung sowie der hauseigene Golfkartverleih werden Ihren Urlaub noch angenehmer gestalten. Der Panoramaaufzug mit Blick auf die Therme, der gemütliche Kaminofen an der Bar, das gesunde Granderwasser im ganzen Haus, die gemütlichen Liegeflächen auf den Dachterrassen des Hotels, alle diese Plusleistungen machen Ihren Urlaub im Puchers Plus zum Genussurlaub der besonderen Art. Der Panoramaaufzug mit Blick auf die Therme, der gemütliche Kaminofen an der Bar, das gesunde Granderwasser im Puchers Plus. Der Panoramaaufzug mit Blick auf die Therme, der gemütliche Kaminofen an der Bar, das gesunde Granderwasser im Puchers Plus. Der Panoramaaufzug mit Blick auf die Therme, der gemütliche Kaminofen an der Bar, Der Panoramaaufzug mit Blick auf die Therme, der gemütliche Kaminofen an der Bar, das gesunde Granderwasser im Puchers Plus.